Schließe abends einfach die Augen und schlafe getrost ein. Dieses kraftvolle Duo wird fleißig arbeiten, während du im Land der Träume bist. Starte mit dem Yard's Black John Nachtserum. Diese Rezeptur mit wirksam klinisch erprobten Inhaltsstoffen hilft das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten zu verbessern. Außerdem hilft es die Hautfeuchtigkeit wiederherzustellen für einen geschmeidigeren, strahlenderen Teint und unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut über Nacht. Und sie unterstützt einen gesünder, straffer und revitalisiert aussehende Haut. Natürliche Inhaltsstoffe wie Extrakt aus der grünen Pflaume oder Extrakt aus marokkanischer Zistrose helfen die Haut zu beruhigen und vor umweltbedingten Schäden zu schützen. Außerdem sind sie bekannt dafür, die Barrierefunktion zu verbessern, um für ein glattere und praller aussehende Haut zu sorgen. Außerdem enthalten sind Ultra-Filling Spheres. Diese Kügelchen sind bekannt dafür, die Haut sichtbar zu straffen, die Ausprägung feiner Linien zu reduzieren und die Hautfeuchtigkeit wiederherzustellen. Und Bio-Detox ist bekannt für seine antioxidativen Eigenschaften, die eine ausgeglichene und gereinigte Oberfläche fördern. Kurz gesagt, das Nachtserum ist ein innovatives Anti-Aging Serum, das die Haut über Nacht glättet und mit Feuchtigkeit versorgt und regeneriert. Nach dem Youth Plexion Nachtserum darf natürlich die Youth Plexion Nachtcreme nicht fehlen. Diese Rezeptur mit wirksam klinisch erprobten Inhaltsstoffen hilft der Haut, vor frühzeitigen und bereits vorhandenen Zeichen der Alterung zu schützen und sie zu erneuern. Inhaltsstoffe wie Squalan und Glycerin sind bekannt dafür, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und den Feuchtigkeitsverlust vorzubeugen. Außerdem sind sie bekannt dafür, die Hautfeuchtigkeit wiederherzustellen und die Haut zu schützen für ein sichtbar pralleres, zarteres und jünger wirkendes Hautbild. Riboxyl hilft der Haut, die Elastizität zu verbessern, sowie feine Linien und Falten zu mildern. Catuline Renew ist bekannt dafür, die Regeneration der Hautbarriere zu fördern und für ein glattere und straffer Aussehen der Haut zu sorgen. Kurz gesagt, dieses Duo hilft der Haut, sich zu regenerieren, sie tiefenwirksam mit Feuchtigkeit zu versorgen und ihr zu mehr Elastizität zu verhelfen. Und was soll ich noch mehr sagen, außer sie riecht auch noch gut, fühlt sich mega gut auf der Haut an und sie hat noch einen Pluspunkt. Durch austauschbare Nachfüllpacks hilfst du auch noch die Umwelt zu schützen und verursachst dadurch weniger Müll. Also, das ist doch ein mega Gesamtpaket. Du siehst, sowohl die Nachtcreme als auch das Serum gibt es nachher mit Wiederbefüllern, das heißt weniger Schmutz, weniger Verpackungsmaterial und was Gutes für die Umwelt tun. Du siehst, so schnell und einfach kann es gehen, deine Haut richtig zu pflegen. Starte deinen Tag mit der Glow Blacktion Serie für ein strahlendes Hautbild und einfach mehr Glow und natürlich ganz viel Pflege und grade deine Hautpflegeroutine jetzt ab mit dem Nachtserum und der Nachtcreme für den extra Schuss Feuchtigkeit. Das war's für heute.